ja erinnert sich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars mit dem lieben Anton Hi und natürlich mir den Bergischen Löwen ich hab Blöcke und ne Brustplatte und ein bisschen Russi und das war... Wir sind in der Halbmitte Du bist in der Halbmitte oder wer? Warte, ich hab hier noch was für dich, hier und hier Na, Bischer Equip Dann wollen wir hinterher? Hier gibt's keine Kiste, hast du mal gesagt? Wollen wir auch hin? Warte, warte Ja, springen Warte, ich hab noch Schnelligkeit aber hast du selber ne? Oha! 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 Ich bin tot! Oder auch nicht! Digga, der hat grad so kein... Du holst mir den Low, hab ihn! Achtung, Achtung! Ah, da kommt der Nächsten! Abhauen! Abhauen! Nee, die sind Lowland, hab einen! Ich muss... Ach geil, die hat irgendwer Lava geplantet Ich bin tot! Wo bist du? Ich war hinter dir! Hast du die Lava geplant? Nein, ich hatte keinen Lava-Eimer Woher kam die denn? Ich war einfach mal hinter mir Ja, ähm... Alter, ich hasse das! Wieso ist da keine Uhr? Ich dann teile mich da nix, ne? Ja, ich teile mich da scheiße, weil der piepst Ja, ich kann lautlos machen, vibrieren Na, dann steckst du dir in die Hose, ne? Ja, ja Mein Tisch verkehrt dann komplett Ja, mhm... Na, Anton? Ja, Bananenketch, ich meine Bananenketch, ich meine Bananenketch Bananenketch Okay, nichts Einfach nichts Gutes Ist aber auch nichts Oben sind zwei Kisten, ne, meine Hä, wo sind noch? Oh mein Gott Ich hab's jetzt genommen Ja Ich hab mein Goldschwert Jetzt können wir einfach... Lass dir hier doch abwarten Oder... Nein, die sind los, ne? So, kommen wir jetzt hier abwarten, oder? Ja, ja Oder wollen wir zu den? Ne, ne Baut dir da bum 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 Bei hoch, sonst kann ich... Können sie schon mal nicht bauen, weil ich dann schnell mit einem so von ihm... Sag mir deinen... Achtung! Hi! Weißt du, was ich kann? Oh, oh, die bauen sich hoch Hinter uns kommt gleich einer, ne, der kommt nicht Alles safe Ich hab kein Speedman, ich weiß nur, wie es wird Ich auch nicht Pass lieber auf hin... vorne, ne? Okay, die haben sich eingebaut, der hat sich eingebaut Da kommen wir nicht rüber, ne? Ja Wir können oben aufs Dach und vorm Dach rein Oh, ich wurde abgeschossen Viel Dank Hab einen, hab einen, hab einen Hab einen Haben wir beide? Ja, haben wir beide Oh, warum trinke ich Feuer? Egal Ähm Cool Iron Wie sieht's bei dir aus? Hat er irgendwie Ei oder so? Alter, ich hab keine Ahnung Hast du irgendwas zum hochbauen? Ja, der hat was Ich, ich komm da nicht hoch, ne? Boah, Alter, wie soll ich hier hochkommen? Warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte Warte, warte Wow Komm, lass, es hat ja nicht mehr so viel Bye, bye Bye, bye Bye, bye Oh, Mann, deine Sachen sind nicht mehr da Ähm, ähm und dann sind die letzten annehmen da gibt noch einen einzeln wird auch in welcher base ach du bist da oben ich habe keine feile mehr vorsichtig vorsichtig kommt ich würde sagen wir gehen wieder auf unsere base oder er ist egal aber verbrennungswert tot er kann jetzt so easy klatschen in die so auf Lowlife gehauen da nix und ein neues Glück hoch drei Siege kriegen wir hin aber kein einzigen das ist ein bisschen erbärmlich ich hab nix mehr zu trinken ja ich schau mir gleich noch was zu trinken so ist es wir können, Achtung die können direkt zu uns rüberspringen direkt auf die Fenster ja ich hab zwei dir Schwerter klappt da da und da dir hast du Blöcke? geh mal geh geh schneller in die Halbmitte in die Halbmitte komm ich lass nichts schnell schnell die einen werden geklatscht aber ich nehme warte bleib nicht 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 ich kann hier nicht mal das sind VOP ja dann nimm die schnell ich pass aber hinter uns auf weil da sind auch noch zwei ich hab alles gelootet hier da da krieg ich sie helfe ja super weil ich hab sonst nichts weil hier die wir haben halt die sind halt relativ sonst gut equipt so gut ich hab irgendeine quest gemacht warte die waren noch 64 schneebellen drin hast du die was ach 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 ich hab kein falschen gehört sollen wir rüber die werden uns ficken ach die haben bumm komm runter 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 komm rein komm rein komm rein komm rein die kommen die kommen dann komm rein du bist du du gehst falsch ich bin tot ich sag komm rein Batschi komm ja gut ja alter gegen zwei OP-Schwerter kann mich super klar außerdem wenn wir beide uns gegenseitig im Weg stehen können wir uns ja nicht gegenseitig schlagen weil gegenseitig schlagen geht ja nicht wenn uns eingebaut wärst du gekommen aber in mancher Fall komm wir gewinnen die Map jetzt ja wenigstens mal eine Map oh nein Map hab ich schon mal gewonnen alleine in Solo ja wow in Solo spielen ja auch nur die meisten Spasten äh 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 erste Hans Wurst springt schon rüber hast du Blöcke? ja ich würd gerne erstmal schauen ja aber die bauen sich hier schon Hälfte rüber ne also ich hab nix zum entchanten außer ne Spitzhacke ja das ist ein schönes Wasser ja ich hab keine Blöcke zum zubauen wollen wir rüber oder? ich weiß es nicht wie gut sind die equippt? gut ich hab nur mein Goldschwert leider hat nur ein Holzschwert ne mein ich ich sag vorsicht komm runter komm runter ich bin unten ich bin unten sie kommt sie kommt wir haben low ground ich komm der 187 warte ah ich komm der Tor du hast mir das Leben gewettet den hab ich den hab ich das bist du noch live okay? gefickt komm ich pass auf äh ich muss mich equippen wir brauchst noch ein Dia oben ist einer oben ist einer Peitagen über dir war da einer wo bist du? wo bist du? hier in der Halbmitte ich bin da warte ich geb dir die ich geb dir die 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 willst du Eisenschuhe? Ja, drop. Nix, nix, nix. Lass mal einen Trank nehmen. Ist genauso unauffällig. Komm, wir rennen einfach hoch, oder? Der hat einen Punkt. Kommt denn, wo ist denn der hin? Wo ist der denn? Rückstoß. Ich habe meine Eisenschuhe entstanden. Hier vorne! Wo? Hast du ihn? Oh, ist mein Modellgefunk. Oder so halb. Der ist down. Ich hör ganz schön viel an, wie ich mich nicht mehr schaue. Ich habe Rückstoß bekommen, ne? Auf meinem DIR-Schwert. Ich habe Schutz und Zug. Ich habe noch ein paar XP. Was? Auf mein DIR-Schwert habe ich Schärfe. Ich habe fest, wie viel warten. Da unten kommt einer, ne? Wo denn? Dann irgendeine Seite, aber egal, wer ist es, wie viel. Ja, ich passe auf, ich habe Eier und so'n Scheiß. Eier. Wenn du Eier hast. Drei Eier, elf Schneeberle. Wenn ein Schwert ist, ich lasse mich mal verzaubern nochmal. Passt doch auf hier oben. Der kommt noch. Ja. Spatz, Spatz, Spatz. Get down. Der ist nicht da. Ja, egal, springt der hinterher. Ich komme nicht runter, ne? Also, das. Fabin. Ja, wo ist eine andere Spatz? Egal, ist das chest? Wie viel dann warte ich gerade hier unten die chest ab? Ich wollte mir gerade voll das geile Schwert machen mit Verbrennung, Schärfe, Verbrenne, Schärfe und Rückstoß. Und das war's auch schon mit dem Projekt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da. Ich mach noch zum Abschluss ein kleines Case Opening. Einmal. Hallo. Ja. So, und, ähm. Ja, wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst auch mal da einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne abstimmen, wenn wir noch ein weiteres Projekt mit Minecraft Survival Gangs machen sollen, ja? Resistenz Boost Perk 1 Team. Alles klar. Bis dahin, haut rein, euer Löwe. Ciao. Outro